Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fahrradvideo von mir. Dieses Mal war ich mit meiner Familie in Dortmund unterwegs. Viel Spaß beim Zuschauen. Gestartet sind wir am Westfalenpark, über das nördliche Ufer vom Phönixsee nach Ablerbeck zum Haus Rodenberg und von dort über das Südufer zurück zum Westfalenpark. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und natürlich über ein Abo. Vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt gesund!